Hey Leute, hier ist euer TheBestCakeBaker und ich bin bei meinem Freund und heute fahren wir eine Runde Fahrrad. Ich werde mich schon mal für das, für das, für die schlechte Qualität des Videos entschuldigen. Wir fahren nur eine kleine Runde, also vielleicht hängen wir dann noch eine Runde dran. Ich, sorry, ich weiß nicht so ganz. Dann mal, huch, kommt ein Auto. Los! Und dieses Fahrrad ist extrem klein. Ist eigentlich so für 6, 7-Jährige. Ich fahr hier auf den Platz. Und das ist halt so ein kleiner Passiery. Beste Beschreibung. Huch, gerade. Geh durch, dann. Treppe runter. Huch! 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 Okay, dann hier kurz runter. Huch! Huch! Baa! Huch! Huch! Okay, dann... Huch! 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 Wie gesagt nochmal, sorry Leute für die Schlektivität, ich kann es mich nicht ändern, leider. Es ist halb des Fahrers, ne? Und jetzt beschläge ich zurück durch! Geht hoch, geht hoch, geht hoch. Okay. Jetzt fahren wir nochmal eine kleine Runde. Oben, nach oben, nach oben. Geht immer nach oben, ey. Nach oben, nervt langsam. Naja, gut. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Leute, das hier ist viel zu anstrengend. Das kann ich nicht. Das ist viel zu krass, dieser Berg. Den zeig ich euch dann auch gleich mal. Und am Ende, das Video ist eigentlich mein Fahrrad. Huch. Ja. Das ist viel zu krass, aber gut. Warte Leute. Seht ihr den Berg? Da fahr ich jetzt gleich runter. Das sieht jetzt zwar so aus, als wär's irgendwie flach. Ist aber nicht. Es geht hier ziemlich, ziemlich steil runter. Und ja. Bis gleich. Sorry Leute. Ich musste ganz so los. Ich hatte voll den Anfall. Und ja. Wir gehen jetzt hier so ein bisschen hoch. Das ist ein ganzes, so komischer Weg. Der ist ziemlich holprig. Ja, eigentlich ist mit dem Fahrrad alles glücklich. War gut. Aber ja. Wie findet ihr eigentlich mein T-Shirt? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn nicht, dann nicht. Puh. Okay, runter. Ganz langsam. Oh, vorsichtig. Nein, Spaß. Wuhu. 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 Hohohoho! Scheiße! Verdammt! Jetzt müssen wir hier wieder hochziehen. Ich meine, ja gut, aber... Das ist wieder eine andere... eine ganz andere Strecke. Und ich meine, soll man ja machen, was man will, ne? Ein bisschen rennen! Ein bisschen rennen! Ein bisschen schneller! Jetzt seht mal... Wartet! Hoch, hoch! Da will ich runterfahren. Ist jetzt wahrscheinlich auch wieder mega flach. Aber gut, wen juckt's? Übrigens, ich sitze hier gerade auf dem Gepäckträger. Und das ist nicht wirklich mein Pfarrer, sondern das von... meinem Freund seiner Schwester. Deshalb, ja... Ach, das ist so klein! Ich find das immer so geil! Wuh! Oh nein, Papa! Wuh! 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 Ich hab vergessen, wie die Fenster sein kann. Das darf man nicht unterschätzen, ne? Wuh! 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 Wuh. Okay, also, wie gesagt, ich zeige das Fahrrad, also werde ich das auch tun. Jetzt hängen die aus der Halterung. Aus Regenbissen! Aua! Hu! Ha! Meine Finger! Und das hier ist das Fahrrad. Also das ist so extrem mini klein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Es ist einfach so. Und ja, schreibt euch in die Kommentare, wenn ich mehr solche Sachen machen soll. Und ciao! Hm, hat noch nicht geklappt. Wartet. Ich kann echt nicht zaubern. Entschuldigung?